Willkommen zu einem neuen Part, Baldur Skate 3 Wait, bestimmt mal... Ich hab doch nur Instrumente Badentanz Schlaggen von 1 Sie macht doch so... Spiel die Lüge der Spinne Die Lüge der Spinne Oh ja, scheint kein Zürgen Nicht wirklich So, wohnen Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich hoffe, dass du in etwas zufrieden Das kann uns alle Nacht Oh Gott! Ich habe schon einen Namen. Wer ist mit Heimhütern? Goblinfluch, klingt gut. Ich habe niemanden gebeten, meine Geschichte zu schreiben. Ihr habt etwas im Sinn. Habt ihr nicht sinnvolles zu tun? Ich habe schon einen Namen. Wer ist mit Heimhütern? Goblinfluch, klingt gut. Ich habe niemanden gebeten, meine Geschichte zu schreiben. Ihr habt etwas im Sinn. Habt ihr nicht sinnvolles zu tun? Heimhütern und Goblinfluch? Ich weiß ja nicht. Ein wunderschönes zu tun. Aber deine Gebeten sind jetzt größer als das Leben. Jetzt, mein Freund. Ihr müsst einfach ein Titel haben, um zu matchen. Habt ihr nichts sinnvolles zu tun? Nein, hat er nicht. Es ist nur noch nicht zu tun, aber das ist nur noch ein Titel. wie du das nicht zu tun hast ... Es ist nur noch zu tun, wie du es nicht zu tun hast. wie du es sonst nicht zu tun hast ... Das ist nur noch nicht zu tun, aber es ist nicht zu tun. Ich empfehle dich zu den Anfragen, den Anfragen zu finden. Nun, zurück zu deine Reveille. Ich habe einige Details Um zu ra... äh was? Ne, mit Zephto wollen wir nicht sprechen Wir sprechen erst mit allem Ich bin sehr stolz Ich bin sehr stolz von dir, ein wenig weniger von mir selbst Ich bin echt nicht in einem festiven mood Ich wollte eine grüße Gläuze über die Nacht Ich bin ein Dävling Ich liebe die Leute aus der Groove, aber ich sie sie tief in die Hände Ich sehe, dass ich sie alle in der Hände Jetzt, du nicht ein Dävling an deinem Party Das ist doch nicht wahr. Das sind doch alles Tieflinge. Du bist herzlich willkommen. Natürlich. Das macht mich nervös, das wisst ihr doch. Ich habe durch Schmuck gehört, ich bin eifersüchtig. Betreibt ihr aber. So viel hat sich auch wieder nicht verändert. Nicht, dass es euch heute Abend so erwischt wird. Ich habe schon mal gesagt, die kann man bestimmt absägen, wenn es ihm nicht gefällt. Es dürfte eigentlich schmerzlos werden. Das ist Ohrenmaterial, das eigentlich müsste so die Fingernägel schneiden sein. Ja. Es dürfte ihm gar nicht so weh tun. Es dürfte ihm gar nicht so weh tun. Ich bin gef... Gefolgt bin. Ich hätte... Ich kann dabei... Doch ich respektiere euch nicht nach Ruhe. Es ist unmöglich. Oh je, der Arme. Ich hoffe, der... Es tut sich nichts an oder so. Ich kletter wieder auf meinen Stein. Das mache ich öfters. Zum Teilsehen reden wir gleich. Oh, Elphira. Ich habe mich gesucht. Ich denke, dass ich meinen nächsten Song über dich schreibe. Aber ich brauche einen Angeln. Any Ideen? Scheiße. Scheiße, dass ich dir einen Song verpasst habe. Ich habe dir doch diesen schönen... Dieser schönen Song wird auf der Clip gespielt. Wie wäre es mit Tapferkeit ein klassisches Thema? Habt ihr diesen Körper gesehen? Es wäre ein Verbrechen, ihn nicht zu besingen. Wirklich, lasst es lieber. Wenn ich meinen Namen in einem Lied höre, ist euer Leben verwirkt. Elphoche Elfer. Vielleicht ein Lied über meine besondere Ehre. Das ist mein ganzer Stolz. Lasst es nur so realistisch sein, wie eine wahre Pose erlaubt. Wenn ich ein Lied über mich will, schreibe ich es selbst. Äh... Bis hier. Unbedingt. Das wäre mir eine Ehre. Unbedingt. 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 Und was machst du da? Ich habe gesehen, dass die Kithraki-Terrass schriemen die Naogis Legen von ihren Becken um die Bladen zu Faschen in Bladen. Aber sie können nicht mehr auf deine Nerv. Und das wäre meine Nerv. Das war genug, um mich zu schmerzen. Unbedingt. Ein Schmerz für uns beide, dass du so oft auf mich auf mich verhörst. Wir können uns einen anderen mal kennenlernen. Seht ruhig herablassen, ich bin nicht auf diese Art an euch interessiert. Ich bin dankbar für eure Hilfe, vorzüglich gekämpft. Um... 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 Wir haben wohl den da hinten im Mall. Oh, gleich mal sprechen. Du passt auch nicht dabei. Ich will dir nicht die Illusion wegnehmen, aber... Du warst nicht dabei. Ihr habt etwas Gutes getan, kommt schon, verliegt euch. So schlimm ist es doch gar nicht. Denkt an die Goblins, die ihr getötet habt. Wirklich, den zu retten ist schrecklich. Warum hast du dir nicht ein paar Goblins genommen und die ausgesaugt? Du wirst doch bloß trinken. Stimmt, die würden uns hätten ein wilderes Fest veranstaltet und eine Flasche nehmen und den Wein kosten. Ich habe das Gefühl, das ganze Team amüsiert sich nicht gerade besonders. Geh ist irgendwie auch so ein bisschen, naja, trübselig. Er ist traurig wegen seiner Hörner, siehe sie will Sex mit mir. Ja, er ist traurig, weil die Goblins gedötet hat. Ja, lass uns mal mit Schattenhands reden. Und die, ähm... Ich kann auch, wie geht's denn? Wir sehen uns jetzt. Wissen wir. Wir sehen uns, die Leute zuerst und unseren Glückwunsch. Wir sehen uns auch noch einmal. Und wir sind wirklich gut die Chance. Wir sehen uns auch noch. Imin schlüsst. Wir sehen uns noch. Wir sehen uns noch. Wir sehen uns noch. Wir sehen uns noch. Ich habe den Avernus auch so gefeiert. Ich habe genug Punkt zum Customers zu sagen wie sehr ich euch mag und genießt ihn auch die Körner. Ich habe zuerst Freunde gemacht. Ich habe meine Lehre schnell gelernt. Es ist besser, dass du dich selbst in der Hölle zu halten. Ja, ein paar sind schon besoffen. Ich habe noch keinen Schluck bekommen. Es ist ein bisschen skandalös auf meine Partei. Ah, ähm, wisst ihr was? Oh Gott, da habe ich aber am Kopf bekommen hier. Meine Fresse. Wir sollten Freunde bleiben. So, die Zwingen gehen und selbst einen und zwei Humpen leeren. Ui, Überzeugung. Ja, so nämlich. Ja, und sagt mir endlich, wo ich den Schnaps habe, Herr Kräger. Ja, so nämlich. Ich habe mich. Ja, ich habe mich. Hm, gar nicht sitzend, wir haben das richtig getan, macht euch Sorgen, das Schau, das Schau euch zu uns, glühnt euch die Milch dran, wir haben dann nur den Weg freigemacht. Ich habe nicht gedacht, dass ich nichts von Schau verabschiedet habe, aber es wird Zeit für die Verabschiedung später. Schadowheart schreit und schreit auf die Kirche. Sie schreit zurück zu dir. Sie schreit zu dir. Sie schreit zu dir. Sie schreit zu dir. Ich dachte, dass du mit den anderen mögen würdest. Gesellschaft, die ich gerade bekomme. Sollte ich wohl schönen Abend, würde ich mich gewiss werden. Ich möchte mit euch feiern. Und wie meint ihr das? Meint ihr wirklich? Vielleicht seid ihr nicht die einzige Person, die ich nicht leiden kann. Im Falle, dass ich euch einen schönen Abend. Ich glaube, ich könnte euch für mich gewinnen, wenn ich wollte. So böse seid ihr nicht. Nein, ich tue vielleicht hin und wieder so, als wer es ist. Meint ihr wirklich? Ich glaube, ihr habt eine Spukrasenheit in euch. Im Falle, dass ihr euch einen schönen Abend seid. So böse ist die gar nicht. Die Macht hat einen ziemlich guten Eindruck. Die würzt die... Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Und auf geht und glücklich zu hunting. Verstehe. Nein, als endgültig. Verstehe bevor ich gehe, wir könnten mit denen rauskommen. Aber lasse ich. Für jetzt. Don't worry. There will be plenty of fun for you tonight. Just not in my tent. Have fun. And don't be a stranger. Hm. Es wird schwer mit den Leuten nicht zu romanzen, wurde mir gesagt. Also, ähm, ich mache das bisher sehr erfolgreich. Also, ähm, von ihr habe ich gerade einen Megakorb gekriegt. Es wird immer gesagt, du wirst sofort verliebt. Ich meine, Gale hat es schon versucht bei mir, aber da wollte ich nicht. Das ist dann... Naja. Das ist irgendwie... Hm. Und wo du es bestimmt interessiert. Vielleicht könnten wir es bei ihm mal versuchen. So ein Halschen. Wie geht's denn so? Geh auf jetzt. Nicht wasst die Nacht, wie das mit mir zu sprechen. Wir diskutieren wir morgen. Ich dachte, ihr würdet vielleicht etwas mit mir trinken. Es gibt noch andere Möglichkeiten als Gespräche. Aber ich würde euch jetzt gerne besser kennenlernen, auf euren eigenen Rad. Los, mischt euch unter die Leute. In truth, I rarely imbibe. The stuff goes right to my head. Before you know it, I be breaking into song or declaring love to the first person I laid eyes on. Hm hm. Ich würde dir lieber was anderes machen. Hm. Ich bin sicher, dass es gibt. Du streckst mich als extrem... ...resourcevoll. Ja, ich sehe hier nicht viele. Ich bin sicher 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 nicht. Hm. Wie war es noch mit dem Geburt? Ähm. Ehm. Ja, also... Kräger, wie geht's dir? Seid ihr nicht zu streng mit den Alten? Ja, und nun seid ihr mir etwas schuldig. Das klingt jetzt fast nach einem Kompliment. Was macht ihr überhaupt hier drüben? Just like I'll be glad to be rid of them, once we're there. Okay, was haben wir hier? Ein kleines Plätzchen. Ich habe hier 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 eine große Idee, wie gut es fühlt sich, diese Leute zu sehen. Ich habe hier ein kleines Plätzchen. Die singen wir können wahrscheinlich machen ohne. Aber auch so. Danke. Geh' weiter, mach deine Rund. Aber wenn sie dir etwas Blitzchen geben, nicht trinkt. Ich denke, sie haben in die Äthel's Potions. Ah, ja. Ich denke, sie haben sie. Ich denke, wie gut es verkaufen. Möchtest du hier? Ich denke, nicht mehr was, nicht mehr was, nicht mehr Menschen zu gehen. Wir werden in einer Stadt mit rutschen und moellen, und... Hoh-Hum-s Gehe ich mal am Strand spazieren oder so Oh, Lazarus Vielleicht will der mehr mit mir eintrinken Ich möchte um Mädchen reden können Könnt ihr mir helfen, meine Klasse zu ändern? Tja Ich habe hier noch ein anderes Instrument Die Trommel Ich weiß nicht, irgendwo ein Leier gefunden Da habe ich die schon verkauft Nicht mehr Ich kann nicht mehr nehmen Eine Stimme mit 11 Jahren. So. Have fun. Hope you're enjoying the night hero, I certainly am. Cheers to many more like this. Do you mind? I'm very busy. I'm flattered, but I think not. It's not you you understand? It's me. I have standards. Oh my god. It's the next copy. I'm going to go. It's the next copy of the night. Oh my god. 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 I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done. And I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous. Though it seems you're well accustomed to navigating danger. What. Is that too dangerous? Then go off to the dark greenlight, the faster the faster the faster I think more. I'll expect more to you. It's only an reminder on the driving. It's just easy to go. I won't be held accountable, just because you're naïve enough to expect easy answers. Now allow me to continue. dass wir schon die Minotaurier besiegt haben der will keine wahr ich muss einen Weg da durch finden beschlagt vor die Kräfte der absoluten könnten und können die Gegend ertragen ich muss noch eine andere Haltung geben warum seid ihr sicher dass ich in der Mond aufnehmen muss die Kräfte der Schöne kann man gehen über die Riesen Road oder durch die Mäntänen ist leichter zuerst aber du kannst in der Schöne die Schöne zu gehen könnte man auch unter gibt es ein Tunnel in dem Ruined Temple des Selunner führt zu den Moonrise Towers durch die Unterdark lange zu lange Zeit ein Mann called Keterichthorn built ein secret stronghold deep down da vor allem eine ganze Armee der Dark Justizier, Shahr-Worshippers. Aridon und seine Leute waren für einen Weg nach unten. Sie wurden gegründetet, wenn sie ein Relik genannt haben, der Nightsong. Aber ich denke, dass es mehr gibt. Von diesem Sturm, Keterich-Storzimmer kann man auch den Tempel von Seluna und die Moonrise-Towern. Aber er wurde verletzt, bevor er ein Angriff hat. Wenn man diesen Ort findet, in diesem Ort zeigt, dass es ein weiterer Weg nach der Moonrise-Towern gibt. Und vielleicht sogar überraschend das Schadow-Kurse ist. Ich habe einen verbogenen Eingang am Tempel der Seluna gefunden. Der Weg ist frei. Ich will mich nicht ins Unterreich verlaufen. Ich reise lieber in Oberöhr durch. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde. Aber das Unterreich scheint die sichere Route zu sein. Was würdet ihr tun? Ich habe eine Art von der Erdäne gebetet. Ich habe eine Art von der Erdäne gebetet. Ich habe eine Art von der Erdäne gebetet. Ich möchte, dass ich mit dem Erdäne gebetet habe. Wenn du mir verletzt kannst. Ich kann mir die Erdäne gebetetern. Ich habe lange versucht, um die Erdäne gebetetern. Ich habe eine Art von der Erdäne gebetetern. Ich habe noch lange versucht, die Erdäne gebetetern. Ich habe lange versucht, die Erdäne gebetetern. Ich habe einen Ende dafür geschlossen. Es hat nichts funktioniert, noch nicht. Wenn ich dich mit ihr und nahe zu Moonrise kommen kann, vielleicht kann ich diesen Kurs aufzunehmen, genauso wie du eine Kürze für deine Infection finden kannst. Deshalb war Ardyn und ich dachte, er könnte diesen Weg nach Motop dann finden. Hm. Hm, hm. Wird sie die Flüchtlinge? Wird sie in den drüben Heil singen? Gibt es nicht noch einen anderen Weg? Du wirst eigentlich so viel in die Nerven, wie wird es meinen Unreicht ergehen? Es scheint euch irgendwie für einen Schattenflucht krank zu fühlen. Wisst ihr, wie sich der Schattenflucht brechen lässt? Ich hoffe, ich war auf der Feier mit den Tieflingen nicht allzu aufdränglich. Ich habe mich mitreißen lassen. Ich habe einen Schattenflucht, aber ich habe einen Schattenflucht. Ich habe einen Schattenflucht, einen Schattenflucht, einen Schattenflucht, einen Schattenflucht, einen Schattenflucht zu haben. Ich habe mich mit den Schattenflucht, und ich mich schütze. Nachher habe ich den Tadpole gesehen, die Tadpole erhebte. Hiddeos, aber faszinierend. Wie nichts anderes in Natur, bin ich glücklich zu sagen. Ich hoffe, ich habe einen Schattenflucht als erste Druid. Ich habe eine Schattenflucht, eine Schattenflucht. Ich habe eine Schattenflucht, um sie zu schütze. Ich habe einen Schattenflucht. Ich habe eine Schattenflucht, die tatsächlich nicht. Sie wissen, und nicht die anderen. Die Schattenflucht muss man über die Fehler von der Vergangenheit. Was sie braucht, ist eine Unbekannte Quantität. Eine Schattenflucht, die die Ergänzeigen kann, ohne Bias zu verhindern. Das ist deshalb, ich habe die Schattenflucht. Sie wird die Schattenflucht und die Schattenflucht in meiner Schattenflucht. Um, oder? Wie geht es um, wie viele denkt uns, wir Druids, können die Politik, wenn es notwendig. Ich weiß nicht, dass er sich in der Lage ist. Aber um es wirklich zu verstehen und zu stoppen, muss ich es zu erreichen. Vielleicht. Aber wir müssen näher kommen, bevor ich meine Theorie in die Praktik zu bringen. Aber wenn wir auf mein Führer, wollen wir näher den Führer? Dann gibt es mehr zu sagen. Ich hoffe ich schraubte. Ja. Ähm. Ich hoffe ich schraubte. Ja. Ähm. Wundervoll. Wenn ich ehrlich bin, war der Führer für meine Führer. Ich fühlte mich aus der Natur. Ich vermisse meine Bücher. Aber ich kann alle Wohlfühl finden, die sie ausmacht. Aber es sind von nicht hier im Heim. Nur wenn ich irgendwie dafür sorgen kann, dass ihr euch weniger Wohlfühl gibt Bescheid. Ich hoffe. Okay. Ich werde bald reichlich bücher finden. Ich stelle beständig über welche. Ist das so? Hm. Na ja. Die Natur hat eine Wohlfühl. Ich werde mich aufhören. Danke dir. Ich hatte ein Gefühl, dass die Zeit in deiner Firma furchtbar wäre. Hm. Es gibt ein paar Dinge, die für mich zu stark sind. Sie lassen sich nicht für mich aufhören. Und er hat die Gefühlt. Sie verabschiedet hat sich nicht. Sie haben gebraucht, in der Zeit. Sie haben ihn festgestellt. Sie haben sich in anderen Situationen. Ich würde auch gemacht. Ich würde auch daran machen. Ich hätte es immer wieder. Wettbewerb. Das ist alles, was du möchtest. Mit so stets chaquefam, wkw... Hm. Never better. Können wir den nicht mitnehmen ins Team? Aber dafür müssen wir wahrscheinlich erst mal jemanden verabschieden. Ähm, Geir. Ich sage eine Sache für unsere Truppe. Wir sind nicht kurz auf Drama. Ich bin glücklich, Shadowheart und Laezelle ihre Differenzen aufzettet. Eventuell. Ich frage die Wissen der Entscheidung. Aber so ist es. Ich werde hier in der Zwischenzeit. Eindringen die Stunden weg. Ja. Ich frage die Wester auch, aber... Willst du sprechen? Mit so einer stimulierenden Firma? Hm. Ich bin glücklich, dass ich hier in der Oak-Fathers-Kreationen bin. Auf dem können wir leider noch nicht mit dem Team nehmen. Und dann brauchen wir leider Geld wieder. Das... Das... Ich mag unsere Gespräche. Was brauchen Sie? Wie müssen wir ihn mitnehmen können? Wir müssen ihn mitnehmen. Mit Freude. Lied auf! Sein Gewand ist etwas merkwürdig aber... Okay... Dann wohnen wir mal. aufgeladen sind wir jetzt alle war ja wohl eine lange nacht eine gute vielleicht nicht aber eine lange war das jetzt mit der krippe die flankenkrippe also mit dem gebürgspass jetzt noch tanz und efe reise durch das unterreich ja unterreich ist gut aber ich weiß nicht wir könnten es mal versuchen das ist ja nicht hier gibt es noch einen untergang ich bin nicht untergang weil ich ins lagereien will ich nicht normal ich würde es erstmal hier oben versuchen wenn wir da gar nicht weiter kommen dann wären wir da wohl wenn wir es von unten weiter probieren dann dann Es gibt die Brüderfahrzeuge, die Brüder verwendet werden. Hier gibt es auch noch eine Gegend, die wir noch nicht erkundet haben. Da könnte man durchaus nochmal nachschauen. Vielleicht ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, hier mal reinzuschauen. Ich habe mich ein bisschen daran vorbeigerand. Jetzt haben wir so lange gebraucht um ein Gespräch zu starten. Da wird es noch was. Bei Du, ja er war wohl nicht für die flammende Faust gewacht. Das nahe in Höhen war ja los. Dann bei Leid. Okay. Das ist einfach so. Es hat sich nicht guter als eine Flammende gesagt wird. Aber es ist nicht so. Es ist eine Flammende, die nicht so. Das ist einfach ein Flammende, das wäre es. Ich bin sicher nicht so. Es ist einfach so. Ich würde einfach nicht auf die Flammende sagen. Es ist einfach so. Ich fange mir an. Okay, das ist für y'all. Und ihn in den Tunnel wegschieben Und Bade auftreten. Wie könnt ihr es schaffen? Wir können es schaffen, wenn ihr euch reinschiebt. Was ist hier passiert, wo es jetzt zu bleiben wird? Na komm Anfeuern Er wurde angefeuert Auf gehts Aus gehts Schiebt Wollenspieler, schließe 10 Rüntgespieler 10 Rüntgespieler Cool Heid Inspiration Okay Hier brennt's Können wir hier hoch Okay, jetzt sind wir wieder ins Feuer gewandt Ach geh, was machen wir nur mit dir Hier Da sind Da ist einer Ach geh, Mann Ach geh, Mann Geh Komm Ich bin Angst, ich bin Angst, Frau Waite Hm hm Befreit Ein Etagenbit Können wir uns hier herum gucken und Sachen ruhen vielleicht Soviel gibt's hier nicht Soviel gibt's hier nicht Hier ist noch jemand Hä, was jetzt? Boah, ist gegen die Tür Oh Autsch Vielleicht bin ich hier unten gelandet Kann gehen nicht Wir müssen das Feuer löschen Wie ist noch jemand? Hier war noch jemand Hier war noch jemand Hier war noch jemand W arrival Wie ist noch jemand Wie ist noch jemand Knäße Lege äh Gauhtlett report to the man it and send for reinforcements we must find the duke on your command counselor the rest of you count the dead take word there's sacrifice to this city and you I must ask again for your aid please rescue raven guard from his drow captures the council will reward you for your effort May I trust, you'll see it through? I'm sorry, I'm sorry, I'm going to travel to the west and go to the king. You have to seek someone else for the task. Klingt important. By the time aid arrives, it might be too late. You've the heart of a dragon and the will of a hero. Tell me I can count on you. Moonrise Towers, along the old road, that place is cursed. Few could survive there unless darker forces are at work. This was no random attack. The Grand Duke was their target. I don't know where it is now. It's probably easier to go through the middle. It's easier to go through the mountains. I don't know where it is. Thank you. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Approach the towers with care. The land itself has been swallowed in shadow. I will seek reinforcements and join you when I can. Fist, to work. As a flyer. Okay? We got lucky, to reach the Christian League of Lords. The Holy of Lords. The only one you can see in the south of the south of the south of the north of the south. What time is the Holy of Lords. The children are 2-9. The pervers. Cump for sighted. Die Spitze stehen, da hat die schon was Besseres. Selbstes Nullschaden. Der Stab für Zauberfunk auf WG gebrochen. Der Stab für Zauberfunk. Oha. Nur ein bisschen Schaden, nur ein bisschen Schaden. Na ja, ich weiß nicht. Können wir was? Elektrifizierte Mobilen. Ein anwender Schaden mit einem Zauber. Der Zauber drückt Blut. Wieder zwei Blutsladungen. Das klingt erstmal nicht schlecht. Okay. Ich befürchte wir müssen in den Untergrund. Weil hier wird es nur, also über die Berge wird es schwierig. Im Untergrund, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich bin unschüssig. Im Untergrund wird es vielleicht auch nicht unbedingt. Es wird auch nicht schillig. Hm. Ich habe gesagt, ich versuche es erstmal oben. Wenn es nicht klappt es dann. Dann können wir es nochmal anderswo versuchen. Ich habe erstmal gespeichert. Wenn es jetzt in die Hose geht. Dann versuchen wir es nochmal. Aber. Erstmal ist es doch ein Versuch wert. Eine leere Kiste. Uhadam und Drachen. Wir haben 279. Und wir, die uns angreifen sind, war am Arsch. Ich hoffe, dass wir uns freundlich gesinnt. Wenn dein Diener von uns ist. Gute Nacht. Das schaffen wir nicht. Das ist ein Problem. Were I not merciful, I would slice the skin clean from your meat. Yet you are not bleeding. For I am nothing if not merciful. Your name, child. And now to nick, you are talking about the city of Kyff. Ah, Lezel. I know how he calls me. Das Vessel hat fallen aus dem Sky, Leisel. Die Schäuern haben einen Weapon der wichtigsten. Es ist Polyhedrik in Form und mit den Rundern von unseren Menschen geschrieben. Du fühlst dich plötzlich eine strange Anxiety. Nicht dein eigenes, sondern das Artifakt du gehst. Somehow... Es ist Angst. Du attunst dein Geist zu es. Das Artifakt nicht in die Gith-Raiders' Hand mehr als die absoluten Follower. Geh Wort zu deinem Crash. Du bist in unserer Suche. Sprich auf, Kind. Affirm dein Mandat. Überzeugen können wir hier mit den Lippen ein Befehl Leiselform mitspielen. Lippen, ein Befehl, Leisel, Leiselform Wahrheit. Das seltsame Gerät hervorziehen. Er sucht das hier. Wenn ein eigener Auftrag stirbt. Oh Gott. Überzeugen. Wir wollen jetzt nicht kämpfen. Lippen. 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 3 bis 13, können wir verkaufen, das generell mal verkaufen, Karlach tritt auch noch was mit sich rum, Karlach tritt noch den Rohr mit sich rum, bei den nächsten langen Rast müssen wir mal dran denken, um abzulegen, 5 bis 15 Schaden, naja. Nix wirklich wertvolles dabei, ich weiß nicht, ob wir da jetzt weiter sollten, also die Box pass, so, ich hoffe wir verstehen dann hier nicht die Sache mit dem Unterreich, Obwohl, wenn wir schnell besser hinkommen, dann laufe ich lieber über das Unteraulische, halt so, über das Unteraulische. Und gewisse ich, dass du unser Lied hast, in den nächsten Schritten langst, fahren um das Gebiet, das übertrieben ist, wird, ist für eine Gruppe über Stufe extrem schwierig, naja, ok, danke für den Hinweis, dann gehen wir doch nach, gehen wir doch ins Unterreich. Ich hoffe wir kommen da auf anderen Wegen, außer durch das komplette Lager, aber das ist auch für meine Stufe Rechtsschulgericht. Hier schweben ein paar Kisten rum, ich glaube auch hier haben wir noch nicht alles erkundet. Hier haben wir noch eine Hütte, die wir nicht erkundet haben. Hier haben wir noch eine Hütte, die wir nicht erkundet haben. Bevor wir uns um den Unterreich gehen, das hätten wir hier vielleicht alles erledigt haben. Ich hoffe, da finden wir bei Pension E-Führung wieder einen anderen Eingang. Okay, da sind wir hier. Okay, da sind wir hier. Hm, da sind wir zufällig in die richtige Richtung laufen. Wo kommen wir zu kommenden Lager? Können wir uns irgendwie durchschleichen? Oder auch nicht? Ich habe doch gesagt, ich will hier nicht nochmal rein. Die anderen stehen auf der Brücke. Okay, das war nicht allzu schwer. Ja. Die rufen noch jetzt Verstärkung. Oder nicht? Also die kleine Gruppe kriegen wir auch so hin. Das ist gut nicht erreichbar. Sehr fantastisch. Ich werde die anderen zwei den Weg versperren. Dann stehe ich da allein, oder? Und dann. Oh, jaa. Und dann müssen wir nichts abkürt. Nicht genug, als ob... viel Schnapp... Na toll... Das war schön... Da kommt ein bisschen Verstärkung... Oh, die Trommel... Wir müssen uns hier durch das ganze Dorf kämpfen... Ich habe es schon befürchtet... Ich habe mal wieder vorher nicht gespeichert... Irgendeine Barbaren können wir wieder nicht angreifen... Ich habe es schon befürchtet... 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 So weit entfernt, aber er nicht. Er steht da vorne. Noch mehr Gegner. Ich denke nicht mehr. Wir können uns vielleicht Stück für Stück nach vorne kämpfen. Oh, gefesselt. Ja egal. Die Barbaren brauche ich die ganze Zeit vorne. Okay, ich kann Kurt und kann ruhig ein bisschen im Hintergrund sein. Den Trommel nochmal ausschalten. Sehr schön. So stark war er gar nicht. Das hält man halbwegs gut durch. Okay, Segen. Ich brauche meine Meinung auf mich selbst. Okay, wir müssen einen Fernpuff machen. Fehlschlag. Fantastisch. Oh je. Das sah nicht gut aus. Der Bonds. Angesammelt. Ich habe nun auch geändert. Ich finde, der Bonds habe ich jetzt versucht. Ich bin tot. Ich bin tot. Die Bonds! Ich bin tot. Fehlschrank. Natürlich. Good job Fehlschrank. Nice. Exelmeister. Schon wieder ein kurzer Fehlschrank. Hehehehe. Okay, einen. Ich sollte ihm einen abgezogen haben. Den bleibt nicht noch so gut. Nicht schlecht. Sehr schön. Jetzt kommen wir wieder runter. Ist das jetzt Hilfe rufen oder was? So, die haben wir besiegt. Wir kommen jetzt hier und hier. Wir kommen bevor noch mehr. Da ging es zur Efe runter. Wenn es nicht überhaupt da runter ging. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Da, dann links. Aber hier im Finale ist das so. Ich weiß nicht, wie wir hier lang gekommen sind. Hier kämen wir vielleicht weiter. Aber es ist auch zu schwierig. Die beste Möglichkeit und auch die schlechteste gleichzeitig. Sich hier ins Gummellager vorzukämpfen. Das ist so eine blöde Idee. Das ist gleich mal ein langer Rastmacher. Mit dem Gummellager. Mit dem Gummellager. Das könnte gefährlich werden. Aber ja. irgendwas zu vermelden. Irgendwas zu vermelden. Wir haben das Gästhaus abgebrannt und den Herrzug entführt. Frau Stummenach zu urteilen. Sie müssen den Mann kennen. Von Berater und Flogge. Ja. Ich bin mir aber nicht sicher ob er dem Feuer gekommen ist. Dann müssen wir ihn suchen und ihn zur Sicherheit bringen. Sie sehen. Grand Duke Ravengard ist mein Vater. Oh Gott. Ich weiß, was ich nicht gesagt habe. Unsere Beziehung war keine Rolle. Ein Beziehung von Freude. Nichts für ihn. Dann ist die Entscheidung klar. Wir sollten den Herrzug Reben dort retten. Seid ihr denn nicht besorgt? Ihr Vater wurde entführt. Ich kann euch nicht vertrauen. Wenn ihr so viel mehr vor allem nicht. Das nicht so. Und jetzt das. Na und. Der Abstander interessiert mich nicht. Verduria seltsam. Ich hatte gehört, dass der Sohn von Herrn Zogreben dort hätte die Stadt verlassen. Ich war so lange in Beldos Turm. Und trotzdem plötzlich nicht, dass Ravengard Kinder hatte. Dann hat er so... Die Nahrerin und ich waren zerstört. Once upon a time. Die Nahrerin war richtig. Er war echt mit einem langen Ausbau. Als der ihn in Beldos Turm kam mich. Der St. Auch. Und der. Wir wissen, ob wir was uns als nächstes bevorsteht. Und wir werden es im Untergrund herausfinden. Das wird die Welt gefährlich. Wir sollten ihn wirklich mitnehmen. Ich denke auf diese Westfas bringen. Vielleicht ein bisschen fähiger als die hier. Das würde ich doch gleich mal machen. Das würde ich mitnehmen. Das würde ich mitnehmen. Ich hoffe, ich werde es nicht freuen. Ich werde es nicht freuen. Ich werde es nicht freuen. Das würde ich mitnehmen. Das würde ich mitnehmen. Das würde ich mitnehmen. Und mit dem nächsten Part. Und dann... Mit Karnach sollten wir auch mal reden. All das im nächsten Part. Schlafen gehen, ich glaube, ich lebe jetzt im nächsten Part. Ich spreche hier mal kurz dazwischen. Dann können wir im nächsten Part gleich mal anfangen, um Will zu leveln und mit Karnach zu sprechen und dann schlafen zu gehen. Und dann hoffentlich in kommender Lage nicht sofort nach Aufwachen angegriffen werden. Ja. Soviel dazu. Bis zum nächsten Part. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020